Ja, halli, hallo, hallo, willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Cities Skylines. Yeah, da freue ich mich drauf. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich weiß jetzt auch, wie es funktioniert und deshalb erstellen wir einfach mal ein neues Spiel. Greenblades passt. Ich will jetzt mal nichts anderes versuchen. Ein Name für den Stand. Darmstadt Wixhausen. So, das klingt doch vernünftig, ne? Beginnen wir mal mit Frischwasser. Verwenden Sie Wassertürme, um die Stadt zu verfolgen. Alles klaro. So, dann schauen wir mal, wie es läuft. Meine erste Stadt läuft eigentlich relativ gut. Habe ich gut hinbekommen, meine erste Stadt. Schon ein paar Stunden. Was, ein paar Stunden? Ja, ein paar Stunden habe ich gespielt. Hallo, jetzt lass mal Ruhe hier. Wo sind wir denn hier? Da unten. Das sieht ja genauso aus wie das andere. Okay, alles klar. Von mir aus. Wenn wir diese Straßen bauen, ne? Ja. Ja, wenn es sein muss, bauen wir halt diese Straßen. Kann ich nicht? Ja, Straßen bauen. Kann ich, muss ich das? Ich baue mal eine Straße. Ah, dann darf ich nämlich. Ja, wusste ich es doch, dass ich von Anfang an diese anderen Straßen bauen kann. Mh, fahren wir erst mal in diese Richtung hier. Da geht es raus. Und da geht es rein. So. Echt jetzt? Willst du mich jetzt ein kleines bisschen verarschen, oder? Das willst du jetzt schon. So, ja. Ich will es nur gerade haben. Okay. Dann verbinden wir die. Und dann machen wir hier unten das Industriegebiet hin, so. Diese Einbahnstraße, das lassen wir mal so. Aber hier unten das erste Industriegebiet hin. Und hier oben, dann machen wir ein bisschen weiter weg. Hier so hin. Würde ich fast schon sagen, kommt das unser erstes Wohngebiet hin. So, dann kann ich Stadtviertel machen. So. Passt. Und so. Das hier auch noch. Bin gerade, hätte ich es gerne. Und dann na. So. Ne. Ne. Wir machen unser Karremuster. So habe ich schon immer gespielt, weil dann nutze ich den Platz vollkommen aus. Das ist nur für den Anfang. Machen wir das Karremuster. Weil, ja. Können wir hier in die Mitte Zack, 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 zack. Wir können jetzt in das Industriegebiet hin. Ja, bla, bla, bla. Weißt du, dann, 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 damit ich hier den kompletten Platz ausnutze. So. Genau. Platz ausnutzen will ich. So. Und da auch noch. Perfekt. Dann kann man hier so drauf fahren und wieder runter. Ist ja eine Bahnstraße, ne? Okay. Hier machen wir erstmal Industrien. Hier machen wir zack, zack. Zack, zack. So. Und in die Mitte Bewerbe. Alles klar. Jetzt machen wir noch Strom. Die haben wir unten ins Industriegebiet. Oder hier in die Straße. Können wir eigentlich hier in die Straße hauen, ne? Oder ich mache hier noch eine Straße. Eigentlich will ich hier, genau hier alles zusammen haben. Nachher Wasserkraftwerk und so. Obwohl. Brauchen wir nicht. Ja, dann machen wir hier so. Ich mache hier noch eine Straße hin. Und an die sitzen wir dann einmal das Kraftwerk. Genau, Wasserwerk haben wir uns natürlich auch noch. Da darf ich nicht. Dann setze ich es so weit an den Rand wie möglich. Das 2000 und dann hier unten das Abwasser. So. Sorg mir erstmal dieses kleine Kaff. Zack. Zack. Können wir hier noch ein bisschen weiter gehen. Genau. Oh, hoffentlich reicht der Strom bis dahin. Offenbar. Offenbar. Dann reicht der Strom bis dahin. Haben wir noch 2000 über, ne? Muss ja aufpassen. Aber es dürfte, dürfte hinkommen. Hier den Strom hinmachen. Da die ersten Leute einziehen. Passt die Sache. So, jetzt haben wir nichts mehr. Dann legen wir mal los. Lassen wir noch mal die ersten Leute in unsere Stadt ziehen. nach Darmstadt-Wichshausen. Nach Darmstadt-Wichshausen. Ja, äh, gut. Ich hab das freigeschaltet. Dann setzen wir das mal runter. Sonst verliere ich zu viel. Will das schon jemand bauen? Aha. Da wird gebaut. Sehr gut. Sehr gut. Gefällt mir. Ich mag es, wenn die Leute bauen. Ja, oh, da wird eingezogen. Hey, ui, 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 ui. Wie sieht es mit dem Strom aus? Können wir hier natürlich anschauen. Wollen, wollen nicht. Sind die behindert? Ob ihr behindert seid, hab ich gefragt. Weil hier etwa kein Strom und da unten fehlt natürlich Wasser. Aber so viel Geld hab ich im Moment gerade nicht. Ja, Industrie braucht auch im Moment gerade niemand, ne? Oh, Nachfrage an Wohngebieten. Ja, die haben wir ja hier. Ich hoffe, die Nachfrage wird gedeckt. Ansonsten, ich hab aber kein Geld für neue Wohngebiete. Oh, die Leute sind traurig. Oh, die meine Unzufriedenheit. Bin unzufrieden. Wer ist denn hier unzufrieden? Bist du unzufrieden? Mann. Okay. Umbenennen. Okay. Ähm, hier wohnen die Schmitz. Schitz. Oh, hier wohnen die Schmitz. Mit DT. Und da wohnen die Schmitz. Schmitz mit DT. Und da wohnen die Schmitz nur mit D. Schmitz. Schmitz. Und die Schmitz. Ich brauch Kohle. Oh shit, ich mach mega minus, Alter. Mach mal so viel minus. Hab ich das wie zu weit auseinandergebracht? Puh. Die haben Wasser, aber das Wasser hat keinen Strom. Dreck, Alter. Ich mach mega minus. Mega minus. Ich kann mir ja gar nichts leisten wieder mal. Okay, vielleicht hab ich's zu weit auseinandergebaut. Vielleicht war es nicht so klug. So weit auseinanderzubauen. Schau mal mal, wie es sich entwickelt. Nein, ich krieg ja jetzt. Bei hohen Gebieten krieg ich ja jetzt. Kommt, ihr müsst jetzt dann so langsam mal was reinkommen. Vielleicht komm ich ja dann ins Plus. Irgendwann mal. Schauen wir mal. Die Leute sind glücklich und ziehen ein. Das ist schon mal. Das gefällt mir schon mal. Da haben wir bald uns Resten. 500, dann muss ich mir das Zeug leisten können, ne? Wie sieht's denn mit dem Verkehr aus? Ah, Verkehr braucht keine Sau, ne? Ja, da will niemand rein. Huch. Wollte ich eigentlich hier. Das passiert mir doch immer wieder. Ja, hier kommt niemand. Was da? Oh, Blumen. Sieht schon wunderschön aus, dieses Spiel. Schau dir das an. Da hinten entstehen die ersten Häuser, die kein Wasser haben. Ah, doch. Zum Glück haben sie Wasser hier an den Strommasten. Oh, da fliege ich drüber. Hui, hui. Wir haben bald alle in den Hitbox. Hier wohnen die... Hier wohnen nicht die Schmidts? Okay, dann wohnen hier in die Schmidts. Notenserie. Guten Schmidts. Ja, komm. Das könnte was werden. Wöchentlich sind das die wöchentlichen Einnahmen? Alles klar. Ich hab mal alles runtergesetzt am Anfang, damit ich vielleicht ein bisschen Kohle verdiene. Wenn wir nicht mehr Ausgaben haben. Da oben. Ja. Bin ja noch ordentlich Leute ein. Jetzt haben wir noch genug Leute hier Platz. Ich bin mal bei mir einziehen hier. Komm, ich geh noch mal näher ran. Aber viel los ist auf den Straßen noch nicht, oder? Äh, ist da ein Mensch? Ne, ist ein Hydrant, ne? Gerade. Komm, ich hör doch hier. Das ist ein Mensch. Oder? Das sieht aus wie ein Mensch. Ist du ein Mensch? Ist du ein Mensch? Ich weiß nicht, er bewegt sich zumindest nicht. Aber ich sehe auch kein einziges Auto irgendwie. Aber die Leute scheinen einzuziehen. Das ist sehr schön, dass die Leute einziehen. Ja, ja, ihr habt keinen Strom da oben. Und damit haben sie auch kein Wasser. Dreck. Shit, Alter. Jetzt haben sie es gemerkt. Jetzt haben sie es gemerkt. Jetzt haben sie es gemerkt. Och, komm, ich brauch Geld, Leon, Leute. Ich brauch Geld, bitte. Bitte, Leute, verzeiht mir, dass ihr kein Wasser habt. Verzeiht's mir. Verzeiht's mir, bitte. Verzeiht's mir, bitte, dass ihr kein Wasser habt. Ich hab kein Geld, um mir das zu leisten. Wir haben alle hier kein Wasser. Oh, Dreck, Alter. So ein Dreck. Hier gibt's kein Wasser. Gibt kein Wasser in der... Oh, shit, Alter. Warum, warum, warum? Shit, Alter. Ich hab kein Wasser. So ein Dreck aber auch. Ja. Ich hab leider keinen... Scheiße, ich mach ja noch Verluste. Was soll das? Ziehen die Leute wieder aus, oder wat? Kannst du ja vergessen. So ein Müll. Ja, ja, ja. Ihr habt kein Wasser. Oh, shit, Alter. Die wollen wohl nicht bauen, ne? Die haben kein Wasser, alle. Was mach ich jetzt? Ich brauch Geld. Wie komm ich jetzt an Geld, wenn die mir wieder ausziehen? Ah, scheiße. Scheiße. Ich brauch Geld. Okay, ich spul mal grad ein bisschen vor. Vielleicht schaffen wir die 500 Bewohner. Da hab ich nämlich wieder Geld. Und dann kann ich denen auch Wasser geben, wenn sie es haben wollen. Kommt noch 90 Leute. Kommt, 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 kommt. Kommt schon, Leute. Ihr wollt es doch auch. Ihr wollt es doch auch. Shit, jetzt bin ich... Alter, ist schon minus 1000. Und die haben alle kein Wasser. Komm, 41. Noch 50 Stück. Noch 50 Stück. Komm, 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 komm. Kriegen wir hin. Wenn wir da nämlich Kohle haben, dann kriegt ihr alle euer Wasser. Ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch. Ihr kriegt alle euer Wasser. Kommt, 30 Stück noch. 20. 20, komm. 18, 18. 17, 14, 16, 16. 15, 15, komm, 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 komm. Darmstadt-Wixhausen. Du kriegst es hin. Yeah. Schnell, mach Pause. So. Leute, ihr kriegt jetzt euer Wasser. Tut mir leid, das ist... Nee, warte, ich will dem hier so ein Ding hin. Können wir noch eins leisten? Okay. Alles klar, jetzt gibt es Wasser für alle. Sorry, das hat jetzt vielleicht ein bisschen zu lange gedauert. Ah, ja, ihr kriegt alle euer Wasser. So. Alle kriegen Wasser. Okay. Ist es nicht toll? Wasser für alle. Äh, die Turbinen mal angehen. Windräder. Produzieren nicht genug Strom, oder was? Ah, doch. Ah, Produzieren geht durch Strom. So. Ihr habt alle euer Wasser. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Und... Jetzt geht es nämlich ab. Oh, shit, jetzt brauche ich eine Müllabfuhr, ne? Aber ich kann jetzt ja Darlehen aufnehmen. Okay. Also, ich brauche eine Müllabfuhr. Die kommt natürlich... Die versorgt alles, ne? Ja, haben wir alles im Blick. Ähm, da will ich die Dings hin machen. Will ich noch mehr Kraftwerke hinsetzen? Okay, ich brauche einen Arzt. Der Arzt kommt ins Wohngebiet. Äh, der wird es verkraften. Auf diese Stelle. Genau. Und eine Grundschule. Kann ich mir nicht leisten. Die kostet 10.000. Uh. Viele Ausgaben. Zu wenig Einnahmen. Wie, kein... Kein Strom. What? Ich kann mir kein Kraftwerk leisten, ne? Shit, Alter. Ja, da muss ich die anschließen. So. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in Darmstadt-Wixhausen. Tschüss mit der Höhe. Tschau. 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 Vielen Dank.